Ich habe mein Leben in Bücher verkeudet, um dort um die Welt zu verstehen. Ich habe die Natur untersucht, um gedeutet, um hinter die Dinge zu sehen. Ich komme als Apublika, ich schreibe mir wie ein Lach im Kreis zu drehen. Mein Gott, ich bin am Ende mit meinem Griechisch und Latein. Mein Verstand, bloß gegen Männern, was ich sehe, sehe ich nicht ein. Wie kann es möglich sein, die Erstellung, ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Kritik. Wie kann es sein, dass die Verlucht die Lied der Welt erhellen soll? Besiegt wird die Zauber der Musik. Oh ja, man kann jeden Belehr unterziehen, man kann sogar Affen dressieren. Der Mensch ist ein Samen und soll erzielen, muss man ihn schon früh kultivieren. So viel steht das für mich, doch wundern kann auch ich nicht ignorieren. Mein Gott, du weißt, ich wachte mir meine Pflichten niemals leicht. Doch gerade der, der mich fürchte, hat Vollkommenheit erreich. Wie kann es möglich sein, gerechter Gott? Ich dachte, was uns weiterbringt, sind Einsicht und Kritik. Wie kann es sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhellen soll, besiegt wird? Wie kann es möglich sein, dass die Vernunft, die diese Welt erhellen soll, besiegt wird? Durch einen mehr gezogenen, ausgestoßen, ungezogen, zügellosen, obzinanten, gerne großen Käufelsbrach und im Zaubertier Musik